Hey Internet und YouTube, zurück bei Skyrim. Wir müssen in den Boden. Nicht ganz. Du, Servus. Wollt ihr ein Zimmer? Oder vielleicht nur ein bisschen Mehl? Ein bisschen Pott, mein Freund. Ein bisschen Pott. Ich muss nach unten, aktuell gesehen. Ich habe vergessen, was ich tue. Der Koch, genau. Der Feinschmecker. Natürlich, bei den Weinfässern. Wo ist sonst der Gute? Na, du? Was auch immer es ist, ich kann ganz sicher nicht helfen. Ich mache hier nur Urlaub. Ist klar. Der beste Ort für Urlaub. Was auch immer es ist, ich kann ganz sicher nicht helfen. Ich mache hier nur Urlaub. Der Kaiser wird bald tot sein, ermordet vom Feinschmecker. Ihr habt euer letztes Mahl serviert. Das ist sehr zweitotig. Feinschmecker. Äh, ihr habt euer letztes Mahl serviert. Feinschmecker. Feinschmecker. Aber ich... Äh... Meine Güte, ihr werdet mich töten, nicht wahr? Exactly. Warte, warte. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Nicht das Fass. Was? Wo gehst du hin? Wo bist du? Wo zur Hölle? Bleib hier, bleib hier. Wie 40 Kopfgeld. Achso, okay, passt. Okay, gut, gut. Finde ich witzig, aber der letzte Zeuge... Äh, komisch. Passierschein. Dankeschön. Danke. Das ist doch ein toller Ort hier. Wo soll ich ihn verstecken, YouTube? Aktuell. Hey. Ha. Unter seinem Bett. Hier muss es doch einen extra Platz geben, oder? Hier holen sie Holz. Not so good. In seinem Zimmer. Ich kann ihn nicht in den Schrank packen. Ich kann dir seine Leiche in kleine Stücke schneiden. Ja. Das ist doch gut. Hier ist doch ohnehin gut. Schön, dass er gleich dorthin gelaufen ist. Bastio. Festus. Okay. Braune und grüne Drachen sind im Allgemeinen schwächer. Okay. Habe ich den Kommentar mit den Blutdrachen falsch? In Erinnerung. Sind es doch die Schwächsten. Und ich freue mich hier und ihr. Mit mir jede Freude. Ich bin ja nichts anderes. Gewohnt. Scheiß aufs Pferd. Guck mal her. Klicke die. Klack. Und bald ist diese fucking Organisation Komplettgeschichte. Sobald ich den Auftrag erledigt habe, die Belohnung kassiere, gehe ich zurück, zücke meine Axt und und time to say goodbye. Was mache ich mit dem scheiß Vampirkind? Das kann ich nicht. Na gut. Soll es für Einsamkeit sterben? Gott. Das kann nicht sterben. Noch schlimmer. Für immer einsam. Wunderschön. Okay. Mal sehen, wie viel Kohle ich habe für eine Rüstung. Die Dädre. Dädre. 100 Parts weiß ich noch immer nicht. Irgendwas. Wurscht. Rüstung. Sprich mich nicht. Shut up, Schwester. Bald tote Schwester. Nicht schon wieder mit dem Kind, oder? Der Kontrakt mit dem Tempel. Nun, ich werde... So, shut up. Der verlorene Mörder kehrt zurück. Und? Was ist mit dem Feinschmecker? Tod. So viel habe ich verstanden. Wie es scheint, ist ein gewisser Org verschwunden. Das heißt, ihr habt den Feinschmecker nicht nur getötet, sondern auch noch die Leiche entsorgt. Aha. Ah, und den Passierschein habt ihr auch. Vorzüglich. Vorzüglich. So bin ich. Ah, und aus Markad hat uns die Nachricht erreicht, dass der Koch der Festung vorzeitig von uns gegangen ist. Es tut mir sehr leid. Ihr habt eure Pflichten gewissenhaft erfüllt. Jupp. Money. Was würdet ihr sonst? Schweigen. Ich habe euch wohl unterschätzt, wie es aussieht. Vielleicht haben wir das alle. Du wirst schon noch sehen. Hier ist euer Lohn. Und... Noch eine Kleinigkeit. Von mir. Seht es als eine Art Entschuldigung an, dafür, dass ich so verdammt miesepetrig war. Kein Problem, ich mag dich... Dies ist der Ring des Nachtwebers. Ich habe ihn jahrelang getragen. Jetzt sollt ihr ihn haben. Er wird eure Magie und euren Schleichkünsten etwas auf die Sprünge helfen. Super, Magie. Jetzt solltet ihr euch besser beeilen und Astrid aufsuchen. Es wird Zeit. Zeit für die letzte Phase dieser grandiosen und glorreichen Operation. Danke für diesen schönen Ring. Auszusehen wie ein Kind ist echt praktisch. Ich habe nie jemand verdacht. Ja? Ja, schleif nur. Da, bitte. Hört mal, ich... Was? Ich wollte euch nur danken, dass ihr nach mir gesucht habt. Damals in Dämmerstern. Der verrückte Witzbold hat endlich seinen Meister gefunden. Was? Ja. Hallo Häppchen. Häppchen. Du bist tot. Es ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Mhm. Und nun ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Quasi erledigt. Es ist also vollbracht. Ja. Und nun ist Titus Mede Ist es jetzt so weit? Können wir den Kaiser ermorden? Oh ja. Und ich habe entschieden, dass euch diese Ehre zufallen soll. Damit hätte jetzt niemand gerechnet. Ich werde euch nicht enttäuschen, Astrid. Und die dunkle Bruderschaft auch nicht. Tot im Kaiser! Schweigen. Seht euch nur an. So ruhig. So selbstbewusst. Ich glaube wirklich, ihr wurdet für diese Aufgabe geboren. Lasst uns denn beginnen. Begebt euch nun zum Schloss Elend in Einsamkeit. Zeigt dort dem leitenden Offizier, Kommandant Maro, euren Passierschein. Ihr erinnert euch sicher an ihn. Keine Ahnung. Ihr werdet freien Zugang zu den Küchen und schließlich auch zum Kaiser erhalten. Ihr gebt euch als Meisterkoch aus. Also wird es euch ein leichtes sein, sein Mahl zu vergiften. Mhm. Und welches Gift soll ich benutzen? Hier, benutzt das hier. Es handelt sich um eine Jarinwurzel. Nur ein kleiner Bissen und die Wirkung tritt sofort ein. Der Kaiser wird Sittis dienen, bevor er überhaupt merkt, dass er tot ist. Sobald Mede tot ist, flieht er durch die obere Tür und dann über die Brücke. Ich habe veranlasst, dass sie unbewacht ist, sobald der Alarm erklingt. Geht jetzt. Geht und erfüllt euer Schicksal als Zuhörer. Ach, jetzt bin ich auf einmal leider. Ähm, was kannst du mir über die Jarinwurzel sagen? Es handelt sich um eine seltene Pflanze, die man nur auf der Insel Stross-McKai findet. Sie kann wie jedes andere Gemüse serviert werden, aufgeschnitten als Salat oder in einem Eintopf gekocht. Bereits ein kleiner Bissen führt zu einem beinahe sofortigen Tod. Also, denk nicht einmal daran, sie zu probieren. Gibt es noch was, bevor ich mich auf den Weg mache? Es bedurfte unzähliger Gefälligkeiten, Bestechungen und Erpressungen, aber es ist mir gelungen, eure Flucht zu arrangieren. Befolgt einfach meine Anweisungen und die dunkle Bruderschaft wird wieder auf dem richtigen Weg sein. Und das nur dank euch, Zuhörer. Ist das ein sarkastisches Zuhörer? Passt dort draußen auf euch auf. Du glaubst doch nicht, dass ich vergessen habe, wie du mit mir geredet hast. Hä? Astrid-Schwester, Bruder. Vielleicht bist du hier halt, Bruder. Wir wissen das noch nicht genau. Tausend Gold for the win. Schade, dass ich nicht Lydia einfach rufen kann. Dann muss ich jetzt wieder in das Ding hoch. Gut, es ist jetzt nicht so weit, aber die Stufen. Dann müsste man mal ausrechnen, wie viele Treppen mich hier schon an. Ich bin doch so in Skarim. Also, ich bin hier. Melde dich bei Kommandant Deimado. Machen wir. Butter. Butter. Griff. Nee. Nein. Oder? Nee. Weiß ich auch. Ahem. Dum 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 dum. Mal sehen, ob ich mir was leisten kann. Wenigstens im Spiel. Ahem. Ha. Ah. Der war nur für Facebooker. Okay. Ahem. Ja, ein wunderschöner Start. Dankeschön. Und was erster, was ich sehe, ist ein Kind. Gott. Bleib hier. Bleib hier. Da. Ab. Ich hoffe, er seht jetzt beide hier. Nachdem ich es mal durch diese Türe geschafft habe. Okay. Wir haben kleine. Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen? Ich will ja nichts von ihm. Also von... Ne. Sonstiges. Ne, Merz. Ne, Merz. Was war das noch? Lederstreifen? Oder war... Ah, shit. Ah. War es Lederstreifen? Ich kaufe mir ein paar. Was ist da? Die... Die bricht. Also würde ich sowas brauchen. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Bin ich voll? Oh, wunderbar. Ich sage... Kennt ihr meinen Vater? Nein. Er vogt oben in der Drachenfeste. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Ihr denkt, dass... Werft einen Blick darauf. Ah, na, also. Ich will sehen, ob du die auch verkaufst. Warum nicht? Wieso? Bleibt auf der Hut. Oh. Uff. Oh. Ja. Ja. Ich muss jetzt noch Pistole, Schmiede, schaffen. Okay. Komm schon. Komm schon. Warum kriege ich jetzt auf einmal die Hinweise wieder? Oder waren sie schon immer hier? Ne, es waren nur Herzen und... Ah, doch. Ein paar Lederstreifen. Alright. Und die stellen wir hier. Stellen wir, stellen wir... Aber die Rüstung kann ich nicht. Warum? Fünf. Ich brauche... Und alle Herzen. Er ist doch verrückt. Vier. Ne, das ist... Ne, 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 ne. Das ist... Oh Mann, mein Herz. Alright, wir sehen uns im... Oh, nein, nein, nein. Wir sehen uns... Im nächsten Bahn. Im nächsten Bahn. Dann gibt's... Die Rüstung. Die Rüstung. Die Rüstung. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.